Herzlich willkommen zu WCW Nitro. Wir spielen alle Playstation Spiele an und ich würde sagen, wir gehen mal hier drauf. Hollywood Home, okay, wurde der umbenannt oder was? Ric Flair, Sting, Lex Luger, Luta, sorry. Hier, das ist der Deutsche, Alex Wright, Wunder, Kind, wurde der wohl genannt, Macho Man, Randy Savage, Dean Malenko, Eddie Correiro, äh, Six, Diamond Dallas Page, Stevie Ray, Bukati, Scott Hall, Kevin Nash, Giant und Chris Benoit. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein und, ja, gegen Dean Malenko, Iceman. Äh, von der Steuerung wurde es bei mir gerade für Einsteiger wohl nicht so gut geeignet. Äh, hatte ich schon gesagt, ne? Juni, Juni 98, oh, okay. Du hast Punch, ähm, also du hast irgendwie alle Action-Tasten belegt, der Rest irgendwie nicht so wie es aussieht. Okay. Grafik wurde sehr, sehr gelobt, okay. Ähm, aber du musst alle Kombis wohl auswendig lernen. Und hast nicht die taktische Tiefe in den Tournaments wie bei anderen Wrestling-Spielen. Okay. So wie Hulk Hogan sehen wir aber nicht direkt aus, ne? Hatten sie da die Lizenzen nicht? Oder wurde er teilweise Hollywood Hogan genannt? Ich denke mal nicht, ne? Weil wir hatten ja auch schon Spiele, wo er als Hulk Hogan drin war. Irgendwie das gerade geknackt hat, ey. Bam. Okay, also zumindest, auf Einfach geht's jetzt erstmal. Ich müsste mich jetzt Gerücht drauflegen auf ihn. Ist ja gerade eigentlich abgehauen, so. Bam? Ah, okay, okay. Er hat noch Leben. Bam. So, und jetzt ist er... Hä? Okay. Mach was dann hier halt. So, und Matsch. Hä, der ist da durch. Der ist doch vollkommen vorbei. Er ist da nicht. Achso, jetzt habe ich gerade gejügelt. Die Malenko wins bei Default Home ist... Ah, weil ich zu lange aus dem Ring... Da hat er mich aber gut reingeliegt. Da muss man ehrlich sein. Naja, gut. Wie ich fast sage. Komm, wir gehen mal auf Continue. Ja, doch, komm, Rematch. Weil das lasse ich ja nicht auf mir sitzen. So, Kreis. Das ist Kreis. Okay, das ist X. Jo, okay. Ein Dreieck. Äh, vier. Der sieht so ein bisschen aus wie Bruce Willis. So, Viereck. Das ist Schlagen. Das ist X. Oh. Viereck, X, Viereck, X, Viereck, X. Okay. Äh, das ist jetzt so Kombi irgendwie. Probier mal hier jetzt alles zu drücken. Jetzt reicht's mir. So macht man das bei Wrestling-Spielen. So, hier, Jube. Ey. Dann nimmt der einen immer. Warum mach ich denn sowas mit Jubeln? Aber es fühlt sich bestimmt auf. Okay. Hör doch auf, das hier zu machen. Bam. So, hauen weg, hauen weg. Und nochmal drauf, da einmal drauf. Na, erste Runde lief irgendwie besser für mich. Okay. Da brüchst ich ihn, glaube ich, gerade nehmen. Heiß. So, jetzt hier. Bam. Okay. Wirft nicht mehr ganz so gut. So, bevor ihr die Frage wieder stellt. Wie sieht's aus in der Schiedlist? Äh, äh, äh. Nur helf. Ja, okay. Das ist auch immer cool. Erich Bischof. Mean Jane. Jericho. Disco Inferno. Bobby Sobrain. Miss Elisabeth, äh. Elisabeth, sorry. Könnte er freischeiden. Sonny Ono. Ultimo Dragon. Steve McMichael. Ray Mysterio Jr. Jimmy Hart. Oder hört. Hart, hart. Steven Regal. Äh, Jacqueline. Medusa. Nee, Madusa. Kimberly. Conan. Hykester. Peavy. Stinger. Grayling. Shea Bon. Sag mal. Savage. Bitty. Buzz. Ivan. T-Rex. Frankensteiner. Boons. Santa Claus. Andy May. Dweebel. Ecto. Virtual Andy. Cobra. Reanimator. Yombo. Jombo. John. Fusch. Flyboy. Sag mal. Tony Zorot. Eddie Zoraya. Don. Uncle Monkey. Uncle. Äh, Dude Man. Mike. Steve. Brian. Super Fan. Äh, dann gibt's noch, äh, hier irgendwie so'n, äh, Nachfriedhof. Spaceship. Okay. Circus. Hive. Okay. Also so'n paar Sachen kannst du ja freischen. 1984. Okay. Texas. Texas gibt's auch als Ring. So, jetzt mach man aber ein Aalö. Reicht mir jetzt ja auch langsam mal. Wie mach ich denn das? Und wie kann ich das abwählen, dass ich das mache? So. Uh, wie hab ich das gemacht? Das hätte ich vorhin machen müssen. Wusste aber nicht wie. So. Hör auf mit dem rausgehen, ne? Das kannst du selbst machen. Nachher bin ich wieder disqualifiziert, weil ich nicht wieder reinkomme. Bäm. Komm, hau ihn weg. So. Nochmal rauf. Nochmal rauf. Hau ihn weg. Ich kann mich irgendwie rauflegen, aber wie ist die Frage? Na, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. So, wie lege ich mich rauf? So. Na, nicht Viereck. Äh, X. Ne. Könnte aber X gewesen sein, ja. X. Ne. Wie denn dann? Dreieck. Ne, nicht Dreieck. Ich muss irgendwas gedruckt halten. Äh, jetzt hat er auf einmal Power oder was? Reicht er wohl hier. Äh, Kreis gedruckt halten. Kreis. Ah, okay, okay. Kreis. Kreis ist es. So, jetzt hier. Kreis. Ich drück mal ganz oft. Perfekt. Perfekt. Ja. Ich würde sagen, das war das. Das war es. Okay. Ich würde sagen, wir gucken hier kurz noch mal rein. Was es hier noch so zu sehen gibt. Ähm, aber hier. Die Charaktere. Wie viel kannst du noch freischalten? Das ist ja. Ich dachte auch, wir gehen kurz mal durch die drei Sheets, die es gibt. Ähm, ja. Und das wäre das Tag Team gibt es halt hier noch. Ihr könnt mal. Ich weiß nicht, ob er das direkt übernimmt. Das wäre jetzt hier mal. Ähm, interessanter Test. Ich glaube nicht, ne. Ach doch. So, okay. So, dann zeige ich euch das mal. Ähm, ja. Wählen wir sie alle mal an. Ach so, haben wir. Ja, manchmal klappt das irgendwie und manchmal nicht. Alle schöne Reihen. Können wir uns das Ganze hier mal angucken. Ja, deswegen ist es Wahnsinn, was du hier für eine riesen Auswahl hast. So, es hat ja über 20 Stück, ne. Na, so hast du ein Ziel. Okay. Okay. Jetzt war es immer noch nicht. Ich hoffe, die Maus ist nicht zu laut. Eigentlich bin ich mit der hier wenig aktiv. Anlag. Okay. Immer rein da. Hier haben wir jetzt noch die verschiedenen Ringe. Aus Tragungsorte. Okay. So, das war das. Okay, okay, okay. So, wir haben jetzt hier Erik Bischoff. Wir haben Minen-Jean. Ich brauche nicht vorlesig. Ich gehe einfach mal durch. Wenn ihr stoppt da einfach mal. Miss Elizabeth. Okay. Ultimo Drain. Okay. Hikester. Okay. PV. Noch nie. Also. Grayling. Okay. Mighty. Okay. Buzz. Ecto. Dribble. Anime. Äh, von, von, von auch THQ. Santa Claus. Bones. Frankensteiner. T-Rex. Äh. Ivan. Virtual Andy. Was ist das? Ein Entwickler oder was? Kobra. Es sind doch bestimmt die Entwickler. Sind die Entwickler. Kannst von nichts erzählen. Superfan. War bestimmt eine Firmenleitung hier gerade. Äh, diese war ja. Okay. Das war das. So warten wir. Warten wir den T-Rex hier. Gegen. Oder mit. Den Weihnachtsmann. So. Frankenstein. Wen haben wir noch so? Wen nehmen wir noch? Ey, bin ich jetzt mal super gespannt. Naja. Könnte lustig werden. Sollte öfter mal ein Schieß reingucken. Ey, allein wenn du das hier schon siehst. Der Weihnachtsmann in der Ecke und der Elden. Ach Gott. Freue ich mich schon wieder auf Weihnachten. Ey, wie gut die Grafik dargestellt sind, ne? Der Elden einfach mit der Unterhose. Wie kann ich denn den Charakter wechseln? Naja, da habe ich ihn aber an die Elden-Knochen gebrochen. So, jetzt bin ich angekommen im richtigen Spiel hier. Das andere war ja eine Folgeplänke. Hier, bäm, Elden. Gibt Elden-Suppe heute Abend. Ah, ich liebe Elden-Suppe. Bäm. Ich werde gleich mal zu Santa wegsuchen. Wenn ich weiß wie. Okay. Ich mache den ja richtig fertig. Lass mich doch mal zu Santa wechseln. Wie denn? Wie denn? Kann ich hier mit Select oder irgendwie muss ich doch wechseln können. Komm wieder rein. Wie kann ich denn hier wechseln? Aua, der hat mir in die... Naja, irgendwas reingetreten. Ich will zu Santa wechseln. Jetzt, jetzt. Ja, irgendwie war es doch. Und irgendwie war der doch gerade aktiv, ne? Ich will den Elden gleich fertig machen. Ich will hier zu... Ja, da ist er doch. Santa's da. Jetzt gibt es Geschenkekinder. Das wird aber sowas von das Vorschau-Bild. Geil. Wir müssen mehr Schieds ausprobieren. Komm, Santa machen alle. Wie geil, ey. Santa. Sehr schön. Boah. Nicht am Bad ziehen. Und da hat der Spaß aber auch, mein Freund. So, Viereck war es, ne? Nee, X. Was war denn das nochmal? Wie konnte ich denn ihn finishen? Julia, komm runter. Heiß. Santa hat den Alien fertig gemacht. Ich liebe es. Sehr, sehr schön. Ach, wie geil, ey. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, super gerne. Daumen nach oben. Wir spielen alle Playstation-Spiele an. Und nehmen das Ganze auch seriös. Ähm. Sehen uns gern beim nächsten Video. Drei Videos am Tag. Bis dahin. Ciao. W. ミ Cornbow. Watt ries high. W Spicer hingee wir 53-2-5-3-3-4-5-3-6-6-7-7-6-6-6-6-6-7-6-7-7-6-6-7-6-7-7-6-8-6-7-6-7-6-6-7-7-6-7-6-7-6. Und das ist nicht toll. Vielen Dank.